Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Südassmeralischen Fernsehen. Es ist ein kleiner Zusammenschnitt aus allen kleinen Videoschnitten, die ich so im Winter 17, 18 erlebt habe. Habt ein bisschen Spaß damit, ist ein kleines Video. Die Versage kommt am Samstag, Vormontag oder Abend, bin ich mir noch nicht so sicher. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen schönen Karfreitag. Bis dahin, tschüss. 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 I�i, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020